So, servus, ich mach für euch heute nochmal extra ein Grievous Video, ein neues, weil meine alten gesperrt worden sind für Deutschland, Urheberrechtsverstoß, weil ich im Hintergrund die original Star Wars Musik hab laufen lassen. Ich find's zwar ein wenig bescheuert, vor allem, weil's nur für Deutschland gesperrt worden ist, aber mach ich für euch halt ein neues, ich kann auch die alten hernehmen, aber ich hab einige Verbesserungen vorgenommen, wie hier an den Augen, sieht man vielleicht, ja, das zeig ich euch dann, okay, viel Spaß dabei. Das war's. Das war's. Das war's.